Deco zum Stahl, los! Waff mit dir kommt! Okay, ich kann mal nicht. Mann am Boden! Bewegung, nicht anhalten! Wir sehen uns in der Hölle! Mann am Boden, hinkommen! McGregor, die Stahltür aufwachen! Na, bei mir bleiben! Ein MG42! Achtung, Alpkentenfahrzeug voller Deutscher! Wolle! Ich habe alles in der Hölle! Ich habe einen Händenfahrzeug davor! Erst geschossen! Ach, meine Damen und Herren! Wer ist? Ich habe ihn erwischt! Ich habe ihn erwischt! Schaltet die Börse, Team Frauen! Okay, ich komme mit! Deutschen Truppen! Auf der anderen Seite der Sandbecke! Genau! Auf der anderen Seite der Sandbecke! Laut! Laut! Mit dem Maxi! Der Anzeige! Los! Weck's weg! Deutsche Truppen hinter den Hohrafen года! Die Infanterie rutscht raus! Deiner weniger! Die Tristen, die hat geschossen! Die Tristen, die Infanterie rutscht raus! Die Tristen, die rauscht! Die Tristen, die Infanterie rutscht raus! Los, los, los! Die Tristen, die Infanterie rutscht raus! Kapi Navi! Die Tristen, die Tristen, die Infanterie rutscht raus! An Bord. Pamis! Die Tristen, die Infanterie rutscht raus! Los, los, los! Kapi Navi! Prost! Kreuzige Infarktriebs, Erdgeschoss, zieht sie nieder! Ein deutscher Leniger! Deutsche, mit ersten Stock! Ich hab einen, ich hab einen! Deutsche, Erdgeschoss, auf der linken Seite! Königen und Teilen! Viktor! ольшal ! Kuh! 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 Die Deutsche, oben im ersten Stock, auf die rechte Seite! Der Fragger, in der Druck! Eine Granate! Feindliche Infanterie, bei den Fächern da drüben, scheinen die Deutschen aus! Wir sind in der Gange, in der sich da hin! Der Fragger, vor Ort, auf die Fläche, nach der Gange, in der sich da, 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 in der sich da zugegeben! Der Fragger, er wurde getroffen! Ein MG42, im Westen! Hinget ab! Gernate, wachst du! Deutsche Infanterie, auf der anderen Seite der Satze! Ja, sie wachsen! Gernate, los, weg da! Geht dich unten, da drüben, bei den Norden! Deutsche Infanterie, in die Satze! Halt am Boden! Hey, meine Waffen! Englische Truppen, oben im ersten Stock! Gute Arbeit, Lutz! Los, wir müssen das! Ich komme mit! Ich komme mit! Sie wissen, dass wir hier sind, Jungs! Grabt euch rein und kämpft! Geht sich nicht mehr! Der Gregor, gibt es noch bei ihr vor Schuss! Deutsche Infanterie, bei den Norden! Oh, ein Launcher weniger! Das ist ein bisschen von hier! So viel zu dem Leiten, Jungs! Das Bauernhaus ist das Erbststück der deutschen Verteidigung! Deutsche Truppen, jenseits der kaputten Mauer! Mordwägung! 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 Weg von der Bretten-Granate! Vorsicht, Granate! Oh mein, brav, weg auf meinen Namen! Das sind die Briten! Aus dem großen Maul! Den Pinner hab ich nicht! Na komm schon, du feiger Deutscher! Komm schon her! Gruppiert euch neu, Jungs! Hier drüben auf meine Position! Los! King Six an Easy Six! Wir haben unser verdammtes Ziel eingenommen! Ende! Verstanden, King Six! Achtung, weitere feindliche Patrouille nähern sich ihrem Sektor! Verteidigen sie unsere Flanke gegen deutsche Gegenangriffe! Sie müssen uns genug Zeit verschaffen, um den Rest der Division in Sicherheit zu bringen! Ende! Ihr habt es gehört! Bezieht Verteidigungspositionen im Bauernhaus! Los! Sie kommen vom Süden aus! Sucht euch eine gute Position und macht euch bereit! Deutsche! Hinter der kaputten Bahn! Deutsche! Schütt mich mal los! Zeig dir sie! Feuer öffnen! Heimliche Infanterie! Deutsche kommen über die Oststranke! Wir brauchen hier etwas Hilfe! Deutsche! Halt mit eurem Polizisten! Deutsche Jenna! salty! Halt mit euch! beep!